gut hallo und ein herzliches willkommen zurück zu overwatch mit ninja und meinerseits natürlich wir müssen die fänden ich spiel risa glaube ich dann brauchen wir noch nicht hier unbedingt ja ich versteh schon es gibt ein second ziel dann könnte die kombi sogar einigermaßen was bringen ich sollte hätte er baptis nehmen sollen bei baptis ist dann noch mal besser mit unserer risa und baptis ja stimmt dies gut haben wir die einen haben wir die in ein unserer folgen schon mal gezeigt nein das muss man rausgefunden es deckt sich nämlich übelst wenn polis ihr ulti macht und baptis seine ulti macht dann ist man so ungefähr gott ja ich kann diesen ressort hier nicht knacken die haben auch nur das ist so cool ich bin gehackt das ist doch uncooler fuck okay neovisa habe ich nicht gesehen aber sie haben ja ich komme ja schon okay dann hat der genji die ganze zeit die sachen reflektiert verdammt okay das war jetzt zu viel auf einmal den punkt haben sie aha ich habe das schild gecancelt weil ich bin gesleebt so schlieb siehst du nicht aus aber tod werden würde wieder aufgeweckt aber tun aber ich bin tot ich habe ulti margarisa eigentlich schon fahren aber sie ist teilweise ultra langsam wenn sie gerade halt hier her muss das einzige problem ist ich werde zu schnell okay der genji habe ich jetzt irgendwie so nicht nicht voll aufbeschreibung gehabt ich bin wieder da gestanden und war ein opfer das einzige problem wo ich momentan sehen wir kommen bloß in wellen rein fuck war ich nicht ich muss doch lernen oh jetzt knapp wie ich das gerne gehabt hätte verstehe ich ha ha hat sich runter gezogen aber du bist wieder oben ich habe die wieder oh oh okay die stehen momentan so unpraktisch dass ich meine ulti fast nicht nutzen kann ich hab's gesehen gegen den genji kann ich halt ungefähr gar nichts machen danke dir für das herrliche wo die dingen team play for the wind ich bleibe am payload dass das ja das wäre gut weil es ein bisschen die roten sich zusammen wollen rechts auch schade kann hier mehr bekommen das ist nicht unser haben so ich denke das kann man momentan nicht mehr halten das war gerade nur die rausgeballere jetzt haben wir den punkt verloren schützungsweise aber jetzt müssen sie erst mal dann weiter vorkommen zu uns wir haben ziemlich viel zeit gut gemacht wir bräuchten eigentlich einen weiteren heal weil unser sein jahr da halt irgendwie nicht oder ich sie es nicht dass er heilt ein bisschen weiter hinten will eigentlich nicht da vorne die fänden na ok wird überhaupt mich das ist mir aber ein bisschen zu nah wie We have the game, wir haben ein weiteres gejoined. Oh nein, der Boost war gut. Oh ja. Der war auch wichtig. Sie haben jetzt zwei Tanks. Sie haben jetzt zwei Tanks. Einen Road Talk. Ich werde jetzt dann auch D.Va switchen, wenn ich sterbe. Ich glaube, ich bleibe auch. Einfach wegen Mobility. Oh mein Gott. Oh fuck it. Ja, ich switch auf D.Va. Wir haben gar keinen Tank mehr außer mich. What? Wir hatten nur dich. Okay. Okay. Tanks war gut. Okay. Oh. Jetzt kann ich mich wieder zurecht aufregen. Oh, ich rieche Golddamage. Ich sag jetzt nichts drauf. Wie oft bin ich einge... Das schaue ich dann an. Ja, der war super. Da hat er so viel Damage gehalten. Ja. Ah, das sehe ich ja dann gleich. Oh, Alter. Das ist hart. Oh ja. Das halbes Healing hat er glaube ich wahrscheinlich mit der Ulti gemacht. Mhm. Und ich habe gedacht, der hätte nicht so viel gehealt. Okay, ich habe Bronze Damage. Okay. Blame auf dich. Blame auf dich. Ich weiß. Ah, ja. Oh, nice. Mit D.Va habe ich null. Überall. Wie du. Shame on you. Ja. Nice, dass das noch in die Statistik reingeht. Du weißt, dass ich Support Main bin. Ja. Ich weiß. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich dann wegen den zwei Sekunden ein halbgeld weniger per 10 Minutes. Ne, habe ich nicht. Ich habe mich. Uh, Defend. Oh, es sind schon wieder so viele D.Va. Oh mein Gott. Wie viele D.Va sind da schon wieder. Viele. Uh, ein Heel. Ja, dann probieren wir es mal so. Das kann theoretisch nur in die Hose gehen. Ja. Sehr wahrscheinlich sogar. Jetzt können wir mal versuchen, unsere beiden Ultis zu kombinieren. Zu kombinieren, ja. Ja. Es funktioniert aber immer nur, wenn wir es nicht absprechen. Generell ja. Das ist die Krux an der ganzen Sache. Das ist irgendwie so. Okay, ich habe jetzt meine Ulti. Okay, ich auch. Alle sind tot. Wir beide stehen da irgendwo rum. Ähm. Ja. Gut. Sag keiner. Wir werden dann mal sterben. Sag keiner was. Einer setzt die Ulti und der andere gleich hinterher. Und es sind immer irgendwie alle am Leben. Ja. Das ist... Ulp macht 5 Milliarden Damage. Ja. Aber das ist die... Das ist dann der Normalzustand. Ja. Also... So... Taktiken und so. Es gibt sie, aber sie, 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 sie schlagen sie aufs Fee. Am besten bei uns beiden keine Taktik erwähnen. Ja. Oder wir nehmen Julius, Tobi und sonstigen drum und dran mit, dann könnte es witzig werden. Ja. Wenn wir ein Fünferteam sind, dann... Dann gibt es ne Strategie. Irgendwer ist on point, glaube ich. Ja. Nee. Hackerin. Bin gehackt. Ja. 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 Okay. Das... WTF? Hatte der die Ulti nicht gerade schon? Ne. Okay. ich hab dir auf jeden fall doch nicht unten sehen kann sein dass er die ulti näher so schnell bildet den ich schon mehr das könnten sehr schnelles game werden wir haben zwei tanks das ist schon mal gut nächste ulti Das gegnerische Team ist übelst gut, muss ich sagen. Ja. Die ist schon nicht schlecht. Genji über euch! Ja, wenn sie sich jetzt nicht dahinter verstecken würden. Ja. Bisschen zurück bitte, die kommen von links. Die kommen von links. Wow, der kann fliegen. Offensichtlich kann ich das. Shit. Kann nicht. Ja, ich bin tot. Oh, ich ging über. Nice. Und. Links. Genji. Ich hab wieder Ulti. Ich bin auch schon wieder auf 80. Das könnte doch ein sehr interessantes Spiel werden. Mhm. Vor allem hinten. Mhm. In der vorletzten Position finde ich wird es interessant. Das ist die vorletzte Position. Nee, nee. Also die Verteidigungsposition. Ah, die letzte meinst du dann. Ja, weil nicht ganz hinten, sondern quasi. Ja. Du verteidigst ja dann nochmal. Ah, ich bin geägt, ich bin geägt. Hör dich zu, ich bin tot. Du verteidigst ja vorne an der Kante und ganz hinten verteidigst du halt ganz hinten. Ja. Ich geh, da bin ich jetzt nicht unbedingt vorgegangen. Naja. Ich meine jetzt nicht die Punkte, wo sie durchfahren müssen, sondern wo wir verteidigen. Ja. Und da verteidigst du ja eigentlich hier in dem Gang. Mhm. Genau da. Aber da sind wir auch Ulti anfällig wie sonst noch was. Ja. Aber das ist ja normal. Also ich habe übrigens meine Ulti, ne? Ich ebenso. Ich bin tot. Der Reinhardt ist übel. Vom Gegner, ja. Er ist, er ist ganz, also er ist jetzt nicht super gut, aber er ist gut. Und übrigens, wenn ihr selber Overwatch spielt, wenn ihr ein Revive bekommt, bitte immer bedanken, weil dann hat man eher eine Chance wieder gerest zu werden. Weil ich kenne es von mir selber, wenn ihr, äh, weil wenn man generell kein Danke kriegt, irgendwann revive ich die nicht mehr. Weil ich einfach weiß, okay, außer sie spielen gut, das ist dann wieder was anderes. Okay, der Schild bei mir. Okay, tot. Null. 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 Sie ist wieder in die Fresse gekommen. Die hatten halt wieder einen Genanoten Reinhardt, das ist halt das Brutale. Ja, ja. Wenn er den, ah, Nano gut kriegt. Ja. Oh, er hat mich weggechargt. Dieser Bock. Tot. Oh, mein Gott. Den push hatten wir bei einer verloren. Also wir haben ihn noch nicht gewonnen, aber wir haben ihn noch. Geht drauf. Es ist nur noch der Doomfistar, oder? Schade. Ach. Scheiße. Schade. Den einmal hätten wir ihn noch holen können. Ja. Das wäre zu gut geworden. Das ist gar nicht. Ist das unsere Ash gewesen? Weiß ich nicht. Ne. Doch. Das war sogar unsere. Das ist, das ist sowas, das hätte ich machen können. Oh, da ist ein Gegner. Ich will sie ihren an. Ich treffe hier nicht. Bam, 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 bam. Na gut. Auf jeden Fall Gegner Reinhardt in der Osten. Und die Erinnerung. Und... Die hat eine Diva, okay. Ich glaube aber nicht lang. Ja. Aber unsere Diva. Ihr kriegt eine gute Teammate. Ich habe das gegnerische Team gevotet. Ja. Ne, von uns habe ich nur die Diva gevotet. Bei uns gar nicht. Bei gar niemanden. Also, ich würde mich dann mal für die Folge wieder verabschieden. Jupp, ich mich ebenso. Und hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder vorbeischaut. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.